hallo hallo ich habe mir gedacht ich mache heute mal meinen ersten blog auf deutsch denn meine mama ist hier und wir sind in frankfurt das ist mein outfit heute ich habe meinen geliebten poli von ich hab's von paloma and other stories high-waisted flirt pants und cross boots an und ja das wird das ziemlich gloomy heute ziemlich kalt aus but i'm so excited meine mutter ist so süß gestern abend auf arbeit hat sie mir dann geschrieben mondi ich hatte heute abend zum essen ein und dann weiß ja wobei sie eigentlich in berlin wohnt und dann schickte sie mir so ein restaurant frankfurt und dann weiße oh mein gott mama bist du hier ja das hat mich sehr gefreut ja deshalb haben wir heute einen tag zu zweit in frankfurt so süß hier gibt es so viele sachen schon nicht wie in japan obwohl ich noch nie in japan war so ich habe hier einmal das unigiri bestellt dann haben wir hier auch mal so eine rolle aus kastanien so ein veggie currypun meine mutter hat noch so eine bento box bestellt mir esse mal was zum ersten mal so es war mir gerade hier so ich habe hier einen tagle von meinen schuden wir müssen wir hier oben kleinach hier hier das ist Das ist in Ordnung. Hier gibt es einfach alles. Also man kann sich auch da oben hinsetzen, essen. Oh, das ist ein Video. Dann haben wir einen Weg. Okay, wir haben jetzt ein Essen. Meine Mutter hat einen Ereignis. Ich habe einen Ereignis. Ich habe einen Ereignis. Oh mein Gott. Ich habe immer noch einen Ereignis. Ich habe einen Ereignis. Ich habe einen Ereignis. Und ich habe Leute, man sagt, uns das Vario technological ist. Ein Ereignis und hence einen Ereignis. Wenn ihr quietet Outro probiert Emzeichi livro, Ja, das ist so ein Fingerboot. Okay, wir gehen jetzt hier Abendessen. Das ist Windzhou. Und es ist tatsächlich Banas Heimatstadt. So schön. Reiß du denn? Aus Windzhou. Schmeckt's? Schmeckt's wie in Windzhou? Ja, finde ich auch. Schmeckt's? Schmeckt's? Also wir haben hier einmal Fisch Cakes. Dann haben wir diese Gemüse mit geräucherten Tofu und Charmian. Stir-Fried Rice and Rolls. Yes. Was sagst du von 0 bis 10? Wie viele Punkte? Sieben. Sieben? Sieben ist gar nicht mal so gut. Schon gut. Ich finde 8,5. Sieben? Yeah. aleацftakt. Vielen Dank.